moin moin freunde willkommen zum neuen shop mit hanktv 49 ich hoffe euch geht es gut gleich mit dem neuen shop da kurz vor dem shop einmal hängt wie 049 im shop eingeben danke für den support leute so in fünf sekunden haben wir den neuen shop ich hoffe neue skins sind dabei wir werden sehen oh let's go renegade mode ist drinne kann ich euch leider nicht zeigen die lieben so was haben wir hier schönes farbenbomber das outfit für 12 und haben wir die männliche version rücken accessoire hier haben wir ein erntewerkzeug und noch ein hängegeläuter hier aber ein bisschen überteuert ne das ist zu wichtig so gehen wir weiter die losgehen mit dem rücken accessoire sind süß aus schönen rot für 2000 nämlich in der lackierung für 300 noch eine lackierung die nur lackierung und hier noch mal die randosaurus rex outfit rücken accessoire passt auf jeden fall so was haben wir hier schönes ente werkzeug sehr gut und auf jeden fall für 800 haben wir hier eine lackierung sieht fresh aus schönes leuchten ein outfit hier was nicht so schön ist ein hässlicher scan meiner meinung nach mit dem rücken accessoire das sieht aber fett aus sieht nice aus so kommen auf die rechte seite haben wir noch einen schönen weißen skin in zwei verschiedenen varianten dazu gibt es noch mal ein rücken accessoire so haben wir noch eine pickaxe hört sich echt nice an ein im mood gibt es für 200 noch eine mode für 200 immer mit der ruhe dann haben wir hier noch mal eine lackierung und wie sieht recht flash ich aus diese kuraus für 500 kann man sich mal gönnen und hier noch mal ein outfit ein 800er so das war's vom kleinen shop ihr lieben falls ihr mich unterstützen wollt hängt die bieten 049 einmal im shop eingeben lasst ein abo da aktiviert die glocke um nichts zu verpassen leute lasst ein like da schreibt in die kommentare wie ihr den shop findet und seit morgen wieder dabei gute nacht wünsche ich euch leute bis morgen